Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, der Tim von Tim L.P. Und ich plane ein Event am Freitag. Ihr seht's unten. Um 19 Uhr machen wir am Freitag den 15. April. Ich wiederhole den 15. April meinen ersten Live-Stream. Und zwar wird er über STO gehen. Genau gesagt um Staffel 11.5, die ja am 12. den Dienstag erscheint. Ich werde die neue Episode spielen. Dann werden wir das Fähigkeitsystem durchgehen, die Romulana-Kampagne, beim Admiralitätssystem und so weiter. Das wird komplett der Live-Stream zur Staffel 11.5. Alles, was neu ist und was ich zeigen kann. Das ist ganz wichtig zu merken. Wie gesagt, am Freitag den 15. April auf twitch.tv slash timmy1009 Dann werde ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung tun, den Link. Genau da werden wir streamen. In dem Sinne bin ich raus. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich würde mich freuen. Und ich sage bis Freitag. Ciao!